Hallo liebe Freunde der Seichenunterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Tiny Toon Adventures. Jawohl, wir sind hier in der zweiten Stage angekommen und sollen hier in den Straßen uns ein bisschen umschauen und mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ah, ich finde es außerdem auch gut, dass hier der Sound nicht abspackt. Ein Grund mehr, diesen Emulator zu verwenden. Der ist auch sehr benutzerfreundlich, muss ich sagen. Oh, 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 das war knapp. Oh, das war wieder dumm. Placki dacki. Aber wir haben ein neues Leben bekommen, dafür, dass wir 150 Steinchen haben. Ananas! Oh, Moment. Ich mach mal, ich mach mal. Ananas! Oh, okay, das war es auch nicht. Doch, haha, okay. Ich habe vergessen, dass beim dritten Abpraller die Ananas durchfliegt. Okay, ähm, ich glaube, da ist wieder ein Minispiel da unten. Minispiele sind mir eigentlich vollkommen egal. Perfekto, Prep, gib auf. Ja, da war, glaube ich, Montana Mesh, wenn ich mir richtig entsinne. Wow. Ich brauche Ananas. Ich brauche mal Ananas. Was haben wir hier? Okay. Kuchen! Äh, ich spring dem Kuchen drauf. Ach, nee, da war noch nicht das Minispiel. Okay, bin im Bilde. Scheiße, ich habe es wieder gesagt. Äh, wir gehen erstmal hier lang. Obwohl, ich kann ja mal drehen. Äh, hin und her. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Da wollte ich noch gar nicht hin. Ist viel zu früh, Kollege. Da geht es nämlich schon weiter und das will ich noch gar nicht. Ich will euch ja alles von dieser Stage zeigen. Es soll ja kein Speedrun werden. Aber auch kein 100% dran. Also das mal um ganz klar zu stellen. 100% dran wird es definitiv nicht. So, wir kommen wieder hier raus. Da haben wir ja schon alles kaputt gemacht. Da unten war ja noch was. Da möchte ich erstmal gucken, was das ist. Okay, der Zwischenraum. Alles klar? Gut. Alles klar, gut. Gehen wir mal hier hoch. So, Kuchen. Und hier war Mesh, glaube ich. Race. Nö, ich möchte nicht spielen. Ganz ehrlich, ich habe 8 Leben. Das muss erstmal reichen. So. So. So, mal gucken, was wir hier haben. Hier ist bestimmt Montana Mesh. Ah, nee. Rupees. Und ein Herz. Das ist ganz wichtig für mich. Gerade. Na, 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 na. Ah, der Soundtrack ist auch schön von diesem Spiel. Ich finde ihn herrlich. Der ist auch so schön erfrischend im Gegensatz zu anderen Sachen. So, Sachen einsammeln. Viel wichtiger gerade. So. Alle Rubine und Kristalle, Diamanten, nennt sie wie ihr wollt, eingesammelt. Ja, und Plucky, der macht sich ganz gut hier. Ich mache mir immer so einen Spaß daraus, den Kuchen so rumzuärgern. Ach, herrlich. So, gehen wir mal wieder zurück. Oben lang sind wir schon die erste reingegangen. Ich glaube schon, ne? Ich glaube, da waren wir schon, weil da war das... Ah, nee, wir waren in der anderen schon drin. Da war das Meshen. Genau, so war es. Jetzt gehen wir wieder nach oben, Leute. Da, 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 da. Ja, und, äh, ja, der gute DJ KR, sie macht sich an dieser Stelle auch schöne Grüße. Hat ja mal den NES-Teil gemacht. Äh, fand ich auch sehr nett. Wie er den gemacht hat und sich da Mühe gegeben hat. Ach, Moment, jetzt weiß ich, wo ich da rauskomme. Alles klar, alles klar, alles easy going. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Wir gehen mal in die erste wieder rein, in die erste Runde, in die erste Rutsche. Da, da, da. Ich möchte ja so viel wie möglich hier machen. Da, 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 da. Alles mitnehmen hier. Man kann sich hier auch gerne mal verlaufen. Nicht versaufen, sondern verlaufen. Wo komme ich jetzt raus? Hier, da wollte ich. Ja, da kann ich raus. Doch, doch, da kann ich raus. Weil erst mal Kuchen platt machen. Boing. Und? Nein, ich habe nicht alle eingesammelt. Ach, komm, die beiden lasse ich da. Die beiden brauche ich nicht. Komm, die beiden brauche ich nicht. Dann gehe ich hier lang. Also da, die beiden Kristalle kann man noch einsammeln. Da war das Machen, glaube ich, noch. Da brauchte man sonst nichts mehr. Ja, dann haben wir es doch gleich. Der mit seinem Football, der wirft da mal rum. Der Football-Schädel, der Perfetto-Prepp-Schüler. Und weiter. Oh ja. Äh, ja, bei denen muss man auch passen, liebe Freunde. Und auch bei denen Postboten fügeln. Weil einen davon braucht man gleich, um weiterzukommen im Spiel. Sonst geht's nicht. Na, 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 na. Ich mache es auf diese Art und Weise. Äh, okay. Das war fast. Ich mache es eigentlich immer so. Dass ich einen mir nehme. Äh, äh. Nein, okay. Das war doof. Muss ich anders machen. Das ist eigentlich nämlich auch so möglich. Ja, geht nämlich auch so. Wenn man auf dem rumbaumelt, das geht mir auch. Ganz entspannt dann. Sogar. Von da an. So. Oh, drittes Herz. Das kriegt meine Lady of the Stage neu. Habt ihr ja schon gesehen. Das wird mir gerade abgezogen. Dummerweise. Das wollte ich ja nicht. Aber es wird mir einfach abgezogen. Einfach so. So. Manche Steine möchte ich doch schon haben. Das finde ich immer so. Das fühlt sich dann immer wie so eine Majestätsbeleidigung, wenn man die nicht einsammelt. Oh. Föber. Ich bin Föber. Bubs ist in die, äh, zur Bushaltestelle gegangen. Wenn, zum Bahnhof, zum Bahnhof gegangen. Wenn ihr mit mir Verstecken spielt, ähm, Versuch und Finden spielt, werde ich euch, äh, auf eurem Weg zur, zum Bahnhof helfen. Finde heraus, in welchem Mülltrott ich bin. Springt auf sie drauf und, äh, dann drückt den A-Knopf oder B-Knopf oder auch immer. Ja, ich spiele. Okay. Okay, wir müssen jetzt auch achten, wie weit er springt. Er ist sehr weit gesprungen. Das heißt, er ist in der ersten Truhe. So. Zwei aus drei macht er. Das heißt, wenn ich jetzt hier was falsch machen würde, hätte ich noch einen zweiten Versuch. Aber bei zweimal habe ich schon gewonnen. Du gewinnst. Yay. Föber, let him help you. Lass mich helfen, wenn ihr bei niedrigen Rohren ankommt. Denn, der gute Föber kann kriechen. Das können wir nicht. Wir können uns nur ducken. Das ist sehr doof. Dafür ist Feuerbau, Feuerbau, wie gemacht. Ähm, ja. Wieder den Stein holen. Ihr kennt mich ja. Ich kann es nicht lassen. Ich kann es einfach nicht lassen. Okay, Walze. Okay, sehr nett. Jetzt warten wir, bis die wieder hoch geht. Danke. Sammeln alles ein, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Was ist hier? Ich glaube, Montana-Mash, ne? Ne, hier komme ich wieder raus. Okay. Gut. Mache ich natürlich auch mit. So, ich glaube, hier bin ich an der Stelle, wo ja der Fahrer mir entgegenkommt. Genau da bin ich. Wunderbar. Alles klar. Äh. Au. Ich bin nicht zu weit gelaufen. Blödes Vieh. Oh, ja. Nehme ich natürlich auch gerne mit. Ananas. Ich habe wieder eine Ananas. Ich kann wieder eine Ananas machen. Ah, ich bin nicht zufrieden. Wir tiny. Wir toony. Wir all a little loony. Ja, herrlich. Wir Tinies. Wir Toonies. Sind schöne Spaßgartoonies. Oh, ja. Obwohl sie... An manchen Stellen, muss ich jetzt ehrlich gesagt so nüchtern betrachtet, fand ich die Tiny Toons doch auch manchmal albern. Also, an manchen Stellen schon überzogen albern. Aber trotzdem war es witzig, sie anzuschauen. An manchen Stellen. Obwohl die Looney Toons gefiel mir... Scheiße, ich war zu schnell unterwegs. Gefiel mir Summa Summa Rump besser. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand die Looney Toons besser. Summa Summa Rump. Da sind wir bei den niedrigen Rohren. Er kann durch die geheime Straße gehen. Okay. Oh, ja. Wie gesagt, an solchen Stellen mache ich gar nichts. Da lasse ich das Spiel erst machen. Ich habe da gar nichts zu tun. Wie easy peasy er hier durchspringt. Ist ja schon herrlich. Ja, und er hat das geschafft. Fervor geht zum Ausruhen nach Hause. Okay. Ach ja, er spricht von sich immer in der dritten Person. Single Einbau im Original. Das war es. So. Nächster Bereich. Bahnhof. Okay. Da gehen wir doch mal glatt nach unten. Da kenne ich ja mal nichts, ne? Da ist bestimmt irgendwo ein Herz für mich versteckt. Stimmt. Und da sehen wir auch im Hintergrund sämtliche Fervor-Rundestraßenschilder. Und es gibt ja auch Jacks in der Box. Muss man auch aufpassen. Also. Und was ich euch auch zeigen kann, wenn ich wechsle, bleibt es immer noch bei einem Herz. Das heißt, ich kann nicht einfach wechseln, wenn ich kurz vorm Tod bin. Das fand ich auch gut so, dass ich es so gemacht habe. Ich glaube, hier war ein Jack in der Box. Ne, er war es nicht. Dann war er da hinten. Ein Jack in der Box. Ein Nuzzer. Sozusagen. Boing. Den haben wir genutzt. Da haben wir den. So, und ich gehe natürlich wieder vorne rum. Weil es ist eigentlich egal, wo ich lang gehe. So. Ich habe bei solchen Spielen immer Spaß gehabt. Auch wenn eben halt die Batterie von meinem Gameboy sich immer bei mir bedankt hat, dass ich so lange gespielt habe, muss ich sagen. Okay, da kommt keiner raus. Alles klar. Und jetzt kommen wir raus, wo wir dann eben halt herkamen. Okay. Donkante. Ja, Donkante muss man einfach mal. Einfach mal Donkante sein lassen. Und an ihm vorbeigehen. Oh oh. Es wird dunkel. Und? Ja, toll. Erstmal abwischen. Oder erstmal abschütteln alles. Boing. Auch ein nettes Gimmick, was sie hier eingebaut haben. Fand ich sehr niedlich. Und hier ist auch wieder so ein Geheimraum. Ich glaube, aber hier sind sehr viele Jacks in der Box drin. Wenn ihr mich fragt. Und ich bin bis jetzt noch nicht einmal gestorben. Außer diesen dummen Tod, wo ich zu kurz gesprungen bin. Ist aber auch ärgerlich so weit, ey. Springt man auf... Springt man zu kurz und stirbt dadurch, ey. So, hier sind drei Durchgänge. Ich weiß nicht, ob einer ein Bonus ist. Da. Montana Mash. Nö, will ich nicht spielen. Ist nicht mein Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Montana Mash gefällt mir eigentlich. Die Idee ist nicht verkehrt, aber... Das ist mir zu sehr Glücksspiel bezogen. Da mache ich doch lieber sowas wie Race. Wo man wirklich sein eigener Herr ist. Und wirklich auf das Button-Mashing dann achten muss. Oh oh. Jawohl. Sehr gut, Plucky. Das hast du nochmal hinbekommen. Gibt einen Keks. Ich glaube, wir sind auch gleich da. Ja, wir sind da. Perfekt. Erster Bosskampf. Gleich. Sind wir auf dem Weg zu. Ob ich den jetzt beim ersten Mal schaffe, das bezweifle ich. Ey, Arnold! Oh, ein kleiner... Ein weiterer kleiner Student. All die Tuns in dieser Stadt wissen, dass ich stark bin. Ich gebe ihnen eine Kostprobe meiner Kraft. Und wenn du es schaffst, wenn du es überstehst, lasse ich dich gehen. Selbst ein kleines Häschen hat den Test geschafft. Bereit ist, es auszuprobieren? Ja, komm. Arnold! Komm her, Arnold! Bei ihm muss man auch passen. Wenn er rennt, nicht angreifen. Und immer am besten auf ihn drauf springen. Weil dann ist man immer safe. So, er postet auch gerne mal, hört man ja. Oder sieht man, dass er gerne mal postet. Unser kleiner Poser Arnold. Und boing! Immer auf ihn rumhüpfen. Dann habt ihr eigentlich geringste Probleme in dem Kampf. Oho, da kommt er wieder. Immer früh springen und am besten auch hoch abtopfen lassen, indem man A gedrückt hält. Das ist das Einfachste vom Einfachen. Und, was ganz wichtig ist bei den Bosskämpfen in diesem Spiel, benutzt bloß nicht die Gegenstände. Die helfen kaum. Oh, wir haben ihn geschafft beim ersten Mal. Hm, wow. Bestärker, als ich dachte. Geh weiter. Okay, mach ich. Neues Leben bekommen für 50.000 Punkte. Performer wie wir müssen wirklich Weisheit, Wärme und Fingerspitzengefühl haben. Aber wir müssen auch Mut haben. Lass uns unseren Mut testen, indem wir das verfluchte Haus im Wald untersuchen, was von dem Fifi mir erzählt hat. Nimm einen Atme tief ein. Okay, lass uns loslegen. Okay. Machen wir dann. Wir Tineys, wir Toonies. Da, 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 da. So, jetzt habe ich die beiden Ananas eingesammelt. Aber das ist auch das Einzige, was ich in dieser Stage mache. Und Plucky macht ein paar Liegestützen. Yay. Bis zum nächsten Mal bei Tiny Toon Adventures. Sprach der Raven Knight. Nimmermehr. Und da, 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 Bis zum nächsten Mal.